Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein ganz spezielles Video, nämlich läuft im Hintergrund einfach ein kleines Hintergrund Let's Play von Quickserval Games mit einem Freund von mir und dann gibt es danach noch eine Folge, wo ich gegen jemanden kämpfe auf dem Muxcraft-Server. Zum Muxcraft-Server die Beschreibung und ein Video dazu ist natürlich in der Beschreibung verlinkt und ja, dann kommen wir schon zum eigentlichen Thema, nämlich gibt es eine Verlosung jetzt auf diesem Kanal und nämlich kann man gewinnen als ersten Platz 30 Euro Pay-Safe-Card, als zweiten Platz kann man gewinnen eine 20 Euro Pay-Safe-Card und als dritten Platz eine 10 Euro Pay-Safe-Card. Das einzige was ihr dafür machen müsst ist, dass ihr das Video liked, mich abonniert und in die Kommentare schaut, wieso ihr das Video haben wollt. Und ja, warum ich das Ganze mache, ist ganz einfach, nämlich habe ich zu den 500 Abonnenten erst so ein kleines Special rausgehauen und zu den 200, 300 und 400 Abonnenten gar kein Special und deswegen kommt jetzt einfach mal ein bisschen ein größeres Special und ja, ich hoffe euch gefällt dieses Special. Wenn ja, lasst einfach eine Wertung da und wenn ihr mitmachen wollt, lasst natürlich ein Like da und ja, dann würde ich sagen, ihr könnt auf jeden Fall noch das Hintergrund-Let's Play anschauen, aber das war es jetzt von meiner Seite und dann würde ich sagen, Tschüss! Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017